Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo, ich bin Konstantin. Ich bin hier, weil ich sehr gerne Filme mache und Filme anschaue. In meiner Freizeit spiele ich Tennis und mache auch selber kleine Filmchen. Ich bin Nura, bin 10 Jahre alt und meine Lieblingssängerin ist Ariana Grande. Hallo, ich bin die Nancy, bin 12 Jahre alt und ich bin hier, denn es macht mir sehr viel Spaß Filme zu gucken, sie auch zu kritisieren und vor der Kamera zu stehen. Mein Lieblingsessen ist Kartoffelgratin und mein Lieblingsfilm ist Thor. Hi, ich bin Julius, bin 9 Jahre und ich bin hier, weil es mir einfach Spaß macht, sich diese Filme anzuschauen, sie dann zu kritisieren, aber auch vor der Kamera zu stehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.